hallo und herzlich willkommen zu eastshade das ist ein nun ja sagen wir mal open world entdeckungs und entspannungsspiel was lustigerweise auch unter rpg geführt wird auf steam ich habe rpgs geguckt so weiter so hey momentan kommt ja rpg mäßig auf meinem channel nicht so viel und bin über dieses spiel gestolpert fand das echt schön anzusehen die bilder und auch die videos und ja ich dachte mir machen wir auch mal ein kleines letzttest vielleicht gefällt es uns ja so sehr dass ja dann auch eventuell mehr zu kommen wird ist es gibt es seit dem 13 februar 2019 erst also ist noch relativ frisch wieviel haben wir heute moment 22 februar und ja man scheint es mal ein maler der über die insel eastshade wandert und ich bin mal gespannt wie das ganze anfängt wie ist der name reisende nolan und jetzt beginnt unsere reise anscheinend im ladebalken ich kann mich schon gucken wer ist die mausenverhältlichkeit ist auch in ordnung würde ich jetzt sagen obwohl bisschen ein bisschen hoch ist kann ich bis hin runtersetzen ich kann 30 einiges besser ach ja und ich habe vergessen zu erwähnen dass die npcs in diesem spiel tiere sind was das ganze irgendwie doch cooler macht moin irgendwie cool interagieren nolan aber natürlich ok unter j können das tagebuch aufrufen die alte dame die wieder ins reisende habe ich gebeten die buch aus dem schlafquartier zu holen und auf meinen ohren ist das spiel gerade übelst laut aber ich glaube bei euch hoffentlich nicht so so dann gucken wir mal in ihrem schlafraum ich starte in ihrem schlafraum na das ist ja schon mal oh eigentum von clara s falls wir dauern bitte zum hafen von lindrow bringen außer reisen die neuerlichen meere wurden größtenteils noch nicht erkundet forscher schätzen dass sie unfassbar weitläufig sind und kleinere expeditionen konnten unzählige inseln vor diverser lebensformen und bekannter gemeinschaften finden aufgrund der unberechtigbaren gefährlichen natur dieser gewässer sind viele erkundungsschiffe bei den vorhaben verschollen zu erforschen und neue handelsverträge zu schließen alle blicke gegen horizont danke dafür und bitteschön ja das ist doch schön ja doch eigentlich schon du hast gerade von einem neuen thema erfahren du kannst uns nach dem thema fragen wenn du die thema wählen option auswählst nicht jeder hat etwas zu einem bestimmten thema zu sagen kannst du mal mit dir reden? ne jetzt kann ich mit ihm reden ich habe noch nicht ich habe nicht ich habe gewisse Dinge über die ich habe die 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 haben ich habe das ganz eine die 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 der die Eine kleine Seaside-Town wird in Landingen landen. Es ist einer der vielen Gems des Landes, die ich hier sehe. Ah, fast da. Okay, ich war nicht mal oben. Ich kann auch nicht hoch. Wow, was? Was? Okay, was? Jetzt? Was? Wollen wir mal da auch machen? Hallo. Jawoll. Es geht ja schon gut los, ja. Ich glaube, ich muss das Spiel ein bisschen leiser machen. Es war ein bisschen zu laut, habe ich gerade gesehen. Habe ich hier schon von der Reise, die ein Vater und ich nach Eastshade unter Namen erzählt? Erzähl es mir nochmal. Von allen Ausflügen, die unter Namen war dieser mein Liebster. Oh ne, das geht nicht. Entschuldigung. Oh! Das war jetzt nicht so entlingernd von mir. Es tut mir leid. Ich weiß, Mutter. Sag mir, dass du da eines Tages hinfährst. Versprich mir, dass du das tust. Ich verspreche es. Der Gedanke, dass du Eastshade erkundest, er macht mich so glücklich. Ich weiß genau, dass du dort Inspiration finden wirst. Das wird so ein großartiges Abenteuer. Hör mal, es gibt ein paar Orte, die du einfach ansehen musst. Du musst den riesigen Baum malen. Ah, ich erinnere mich, als sei es gestern erst gewesen. Woher weiß ich, welcher Baum das ist? Läuf schon nicht dran vorbei, glaub mir. Und die Triffmocklippen. Ah, die wunderbare Aussicht. Ich kann mir dich genau vorstellen, wie du in deiner Staffelei stehst und ein wunderschönes Bild malst. Der weite Himmel und das endlose Meer inspirierten jeden Künstler. In Ordnung, das werde ich tun. Und die Stadt. Da gibt es so ein prächtiges Gebäude im Stadtzentrum. Vom obersten Stockwerk aus siehst du die ganze Stadt und noch viel mehr. Da kannst du gar nicht widerstehen. Das musst du einfach malen. Aha, bald. Bald wirst du da sein. Du sollst dich ausruhen, Mutter. Mutters letzte Wünsche. Sind wir jetzt ertrunken? Schon Game Over? Ja, ich bin wach. Und ich mache das Spiel jetzt noch ein bisschen leiser. Audio insgesamt. Machen wir mal auf 70. Fortsetzen. Das klingt ja schon noch mal einiges besser. Stimmt mal, falls du da gewesen bist. Wie bist du denn? Ingoth. Ich war auf einem Schiff. Es ist auf das Riff aufgelaufen. Ich bin glücklich, deine Erinnerungen sind intact. Du wachst auf dieser Beach nur eine kurze Zeit, nachdem das Schiff sind. Eine nicht lange dauert. Die Wasser ist so kalt. Haben alle anderen überlebt? Und was ich gehört habe, du bist der einzige Passenger, der in diesem Ort befindet. Die anderen ist eine selbe Entfernung. Wo sind wir? Wurde meine Haare aber auch angespült? Ich werde sie nicht vergessen. Danke für deine Hilfe, Ingoth. Ich muss gerade noch Optionen, Audio, bestimmt auch wieder auf 100 setzen. So, jetzt müsste alles an unsere Staffelei. Auf Tab öffnen wir unser Winter. Alles Ausrüstung, Getränke, Bücher. Interessant. Wie komme ich jetzt hier zurück? Keine Bilder, Leihwände. Was haben wir hier? Ah, unser Journal. Mutter wollte immer, dass ich Eastshade besuche. Sie wollte, dass ich vier ihrer Lieblingsorte auf der Insel male. Einen riesigen Baum, die Triffmoor-Klippen, den höchsten Gipfel und die Aussicht vom Gemeindenturm in der großen Stadt. Und ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das Spiel sieht schon hübsch aus. Finde ich. Deswegen habe ich mich halt auch entschieden, es aufzunehmen, weil es gar nicht mal so scheiße aussieht. Okay, auf Schiff kann ich auch laufen. Wow. Okay, das sieht schon krass aus. Da oben ist ein Turm. Können wir da rein? Beziehungsweise, können wir da überhaupt hin? Okay, springen kann ich schon mal nicht. Ich wollte es nicht mit Leertaste. Wow. Okay, das ist... Hübsch. Das ist echt hübsch. Man wird hier also anscheinend eingespült. Lindo. Und hier gibt es anscheinend auch viele Bewohner. Hochinspiration. Bündel zu malen kostet Inspiration. Du hältst neue Inspiration, wenn du neue Orte siehst und neue Dinge ausprobierst. Aha. Das ist dann so, wir sehen mal eine Mana. Ein Huhn. Wer bist du denn? Ah, ein Newcomer. In der Zukunft. Wenn du immer in need of carriage to lava. Ich bin dein Fahrzeug. Kann sein, dass dieses Spiel von... aus Russland kommt. Mein Orte ist stark, nicht? Ich bin so leid, dass ich lachen muss. Hallo. Irgendwie ist der Akzent dann doch sehr, sehr stark manchmal. Kann man hier drin? Wow. Also ich bin schon ein bisschen verliebt in dieses Spiel. Es wird natürlich jetzt kein großes Action-RPG, aber... Wahrscheinlich muss ich von hier aus, von hier oben malen, oder? Weil sie ja vom... Gemeinde... Turm... Was gemeint? Turm oder Gemeindenzentrum oder so. Die Stadt gemalt kommen wollte. Da haben wir noch jemanden. Ah, hier. Äh, ich wurde an einer Strandhülle angespült. Oh, dank goodness. Wir dachten, dass du verloren bist. Oh, was eine schreckliche Erfahrung. Ich bin so glücklich, dass du dir sicher bist. Was hat dich in die E-Shade trotzdem gebracht? Meine Mutter liebt es hier. Sehr ausreichend. Ich kann nicht das mit meiner Familie besitzen. Du siehst, als ob du einen schönen Tee benutzen könntest. Dieses Flavor ist ein bisschen stark für einige Menschen. Aber die Effekte können mit einer Sippe von Wasser aus deiner Warterskinn. Dankeschön. Dankeschön. Ähm... Beides wichtig, aber... Wo benachtest du? Thema Wellen. Lindo. After that wreck. I may just settle down here for a while. Find's gut, dass du den Code schon mal lauter geworden ist. Nein. Bis jetzt nicht. Ich muss aber echt nochmal an die... Option... Obwohl die Musik halt schon nicht wirklich laut eingestellt ist, ist er doch sehr stark im Vordergrund. So, dann gucken wir mal. Ich bin ein Bird! Ey, das sieht man, dass du ein Bird bist, ey. Bleib da mal hier, ich will mit dir reden. Lenny. Was kannst du wirklich? Danke! Mein Vater hat gesagt, dass ich alles tun kann, so lange ich meine Meinung zu erneut. Ach ja, dann haben wir eine Affenlady. Die will aber nicht mit uns reden. Können wir eigentlich in die Häuser rein, oder sind die abgeschlossen? Oh, ich kann sogar rein. Oh, cool. Wow. Ich finde diesen Lichteffekt echt schön. Oh, ne Eule. Oh, die redet nicht mit mir. Oh, was für Augen die hat. Krasse Augen. Ja, ich geh ja schon. Kann ich da oben auch schon das Haus rein? Da ist noch ein Haus. Da kann ich auch rein. Ah, da kann ich auch... Okay, dem geht's glaube ich nicht so gut. Esa. Nein. Ich bin der Tourist. Es ist schade über die Sinkung und all das. Ich bin glücklich, dass du okay bist. Yada yada etc. Aber willst du gehen und Nika, den Innkeeper? Ich brauche Hilfe. Was für der Krug auf deinem Kopf? Es ist entstanden, natürlich. Jetzt, würdest du so nett sein, dass du mich für mich gehst? Ja. Wie passiert sowas überhaupt? Es passiert. Ja, nicht so. Aber jetzt einmal im Ernst. Sicher. Ja, wo willst du auch mit dem Ding aufm Kopf hin, wa? Wohle ich hier sofort, sobald ich mich noch ein bisschen umgeguckt habe. Ich finde es schön, dass man hier so ein bisschen ärgern kann. Aber kam ich hier überhaupt rein? Komme ich hier überhaupt zur Tür? Eh. Okay. Zur Tür komme ich, aber ich komme hier nicht rein. Okay. Wart. Leider vergebene Liedesmühe. Schade. Ah, jetzt kann ich noch leicht auf Space hüpfen. Vor nicht viel. Jaja, du Bird. Hi. Ja, das bin ich. So bin ich. So bin ich. Willst du sehen, was ich gemacht habe? Okay. Du hast dir ja wirklich viel Mühe gegeben. Du brauchst erstmal eine gute Leinwand. Machen wir sie zusammen. Ich bin weiblich? Okay, interessant. Wir brauchen Bretter und Stoff. Lauf. Und anscheinend sind wir weiblich. Ah. Wir brauchen eine Fabrik. Ich weiß nicht, wo wir sie finden. Let's keep going. Okay. Kannst du auch mit ihr reden? Let's keep going. Weißt du, dass wir nur weiter suchen sollen? Ja, wo sollen wir den Stoff herkriegen? Du renntest mir hinterher, oder was? Tatsächlich. Okay. Kannst du mit einem von denen hier reden? So eine Stofffragen, oder so? Klamottenstoff, ne? Nichts anderes. Gut, dass ich mich hier schon so gut auskennen, dass ich weiß, wo wir Stoff herkriegen. Ich will malen, Stoff. Hm. Dankeschön. Das war einfach. Und Lindo. Nava ist anscheinend die Hauptstadt, nehm ich mal an. Ja, öffne Bastelwerkstatt, Leinwand. So kann ich... Wow, das ist cool gemacht. Mach ich. Mal das suchen. Die hab ich doch schon. Malen. Ja, ok. Oh, Eclipse. Was da? Ja, aber da würde ich gern eher... Warte mal. Ist vielleicht jetzt nicht so ganz ideal, aber da müsste ich, glaub ich, einmal von da oben malen, gerne. Ich glaub, da kommen wir so lang. Aber interessant, das heißt, wir müssen jetzt mal so eine Leinwand halt selber bauen. Hab ich das richtig begriffen? Wahrscheinlich schon. So. Sitzt noch gar noch zwei. So. Okay, jetzt mit den Bildern ist schon cool gemacht. Das muss man schon sagen. Ja, P. Schön, und dann? Keine Bretter mehr. Oh, wer bist du denn? Ah, Nika. Atemberaubend. Ich bin anscheinend wirklich weiblich. Äh, ein Höhenbewohner hat mich gerettet. Oh, gut. Ingof needs some visitors every now and then. I wish he would spend more time in town. But he'd rather be alone. Lebst du in Lindow? Yes. I run the inn. I always keep a full stock of soup and tea to refresh weary travelers. When I was young, I traveled all over this island. I'd love to adventure again one day. Look, the eclipse is starting. Ah, jetzt erst. Wow. Kann ich das malen? Ne. Was meinen sie also mit Eclipse? Auch nicht schlecht. Das Spiel ist echt, äh, eine Perle. Das ist schon eine Weile her, dass ich sie so richtig betrachtet habe. Oh, das ist super nett. Dankeschön. Jawoll, mach ich. Cool. Können wir noch mit dir reden? Ja. Oh, die kniffte sogar Geld. Äh, Lindow. Das ist anscheinend wirklich die Hauptstadt von der... Äh, Eason braucht dich. Oh, natürlich. Und was ist es diese Zeit? Sein Kopf steckt in einem Krug fest. Schon wieder? Pfff, ffff, 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 ffff. Kaufen, nehme ich mal an. Find's gut. Das Laufen. Lass es normal gehen. Langsamer ist als sie. Obwohl, ne. Eigentlich habe ich meinen selben Abstand. Äh, wohnt er nicht da? Ist dir anscheinend egal. Was? Oh nein. Was macht ihr da? Oh nein. Du wirst sie verletzt. Alle, schau mal an. Alle, schau mal an. Wenn du nicht auf keine Ahnung, schau mal an. Wenn du nicht aufschaust, ich werde jetzt rüber! Okay, okay. Alle, schau mal an. Ich weiß nicht, was du machst. Aber es ist jetzt Zeit, komm jetzt. Oh nein! Ich kann nicht glauben, aber ffff du es. Jetzt gucken wir, wie es hier weitergeht. Ja, natürlich. Kein Thema. Ist das aber... Warte mal kurz. Audio, Sprache. Das wahrscheinlich. So, fortsetzen. Weil ich das erst ausgelassen gehabt, weil ich halt nicht wollte, dass sie random irgendwelche Gespräche halt übersetzt, aber anscheinend braucht man das doch. Okay. Das ist wohl sie. Hello there. Can I help you, Traveler? Könnt ihr mir etwas Seife leihen? Soap? Well, certainly. May I ask why? Äh, Easons Kopf steckt in einem Krug fest. He did. Hmm. Is he a friend of yours? Äh, ich glaube, er ist ein echter Esel. Ich kenne ihn kaum. Warum? Ah, well, dann sollte ich nicht schlafen. Er hat Dreck abstecken? Warum? 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 Warum machst du das? Warum machst du das nicht? Du sollst es melden. Ich hab mich daraus. Natürlich. Du bist richtig. Aber es kann ja auch genau so gut falsch sein. Dankeschön.